so hallo und herzlich willkommen ein neues video und zwar geht es heute um squat squat ist ja vor einigen wochen jetzt mittlerweile rausgekommen als 1.0 version und ist aus entwicklung raus und ich muss sagen es ist mega geworden es lohnt sich auf jeden fall für alle reinzuschauen die eben auf sowas stehen wir haben jetzt sehr oft gespielt in letzter zeit und haben da leider auch leichten negativen aspekt mitbekommen der sich jetzt gerade in den letzten letzten wochen wahrscheinlich sehr verstärkt hat also für alle alteingesessenen squat spieler die werden wissen was ich meine es geht darum jetzt ist natürlich das game in die 1.0 gekommen viel werbung dafür gekommen über berichte gelesen und es ist natürlich auch ein geiles spiel was viele anlockt und das ist glaube ich gerade im kehrschluss das problem was jetzt gerade echt schwierig ist vor allem wahrscheinlich für die alteingesessenen squat spieler und zwar ist natürlich ein enormer zuwachs von neuen spielern die nicht keine keine großen erfahrungen in dem spiel haben und jetzt habe ich mir gedacht dann mache ich mal ein aktuelles wirkliches anfänger guide beginner guide first steps also die ersten steps die auf dem schlachtfeld macht beziehungsweise die ersten schritte was ihr macht wenn ihr squat startet und da will ich jetzt gar nicht weiter dran rumfackeln wir gehen direkt rein also als allererstes schaut euch die settings an hier kann man auch glaube ich irgendwo ein benchmark machen oder irgendwie gucken wie die performance aussieht das wichtigste ist game spielername sichtfeld wo habe ich muss gerade selber schauen interface hier genau world also bei interfacing world name tag opposite da geht ihr auf maximum maximum und die zwei macht ihr auf jeden fall auch rein dadurch seht ihr quasi eure teammates besser das ist ein sehr großes problem also wenn ihr quasi euren gegnern anzieht anvisiert oder also euren teammate anvisiert oder ihr seht ein da laufen dann seht ihr den namen über ihm im idealfall oder wenn er drauf geht ploppt der name eben auf das ganze ist ein bisschen ich würde mal sagen verbuggt weil ab und zu habe ich das gefühl kommt es verspätet erst und man sieht es gar nicht unter umständen also es ist mir schon ich glaube in meiner ganzen laufbahn jetzt zwar auch erst in anführungszeichen erst dreimal passiert dass ich ein team kill gemacht habe aber es ist umso ärgerlicher dass ein team kill passiert und deswegen ist das auf jeden fall für euch sehr wichtig checkt natürlich auch die anderen grafikeinstellungen die audio 1 audio einstellungen sind auch relativ wichtig dass ihr euch nachher anpasst quasi die voice balance von den squad liedern und commander das müsst ihr euch so einstellen dass das ungefähr für euch halt passt was euch eben wichtig ist mikrofon richtig einstellen habt ein mikrofon ist natürlich auch eine wichtige voraussetzung für das spiel so genau dann habt ihr mal das eingestellt und dann würde ich jedem ans herz legen macht des start tutorials dauert circa 20 minuten je nachdem wie viel zeit ihr euch dafür nehmt macht es vielleicht auch ein zwei drei mal durch so blöd klingt aber es ist es gibt euch enorm gute gute guten einstieg einfach in die steuerung handling und alles in die absoluten basics und dann könnt ihr das weiteren oben auf training klicken und könnt hier quasi noch ein helikopter tutorial machen das ist jetzt am von anfang erstmal total unwichtig und würde ich auch aus ihr wollt jetzt unbedingt pilot sein oder wollte es machen aber es sollte erst mal die grundlegenden basics verstehen bevor ihr nach einem helikopter steigt und irgendeinen ja vielleicht und taktischen käse macht hier gibt es jetzt und noch die verschiedenen fraktionen das heißt wenn ihr irgendeine spezielle waffe aus einer speziellen eben mittel eastern insurgents russian oder us army wenn ihr dann spezielle waffen wissen wollt geht ihr auf das jeweilige bild und könnt dann die fraktion auswählen und habt dann einen schießstand und könnt alle waffen mit munition alles ausprobieren könnte range range sie waffen testen auch auf entfernung und alles sehr gut zum üben klickt euch da haben da ein bisschen durch macht auf jeden fall ist tutorial bevor ihr online geht und dann ist schon mal wichtiger punkt erledigt so jetzt würde ich anhand von einem live beispiel wenn das klappt einigermaßen euch dann quasi mal in online einstieg einzeigen also geht auf server browser custom browser braucht ihr am anfang nicht geht auf server browser ist in verschiedene karten quasi und die spielmodus sind hier game modus die verschiedenen wenn ihr dazu fragen habt könnt ihr das gerne in die kommentare schreiben dann mache ich da auch noch mal ein tieferes video ich möchte jetzt allerdings erst mal nur so diese basics abseits von dem spiel mode und karte euch nahe legen quasi dass ihr also das ist halt sehr komplexes game deswegen wenn ihr das mal probiert und spielt dann werdet ihr merken worauf worauf es eben ankommt und die erfahrung bringt viel und ihr sollt natürlich auch nicht ängstlich sein das spiel nicht zu spielen sondern wichtig ist ich suche jetzt gerade mein server und dann sehen wir uns gleich auf dem server das deutsche server ich besuche eigentlich spielen wir hauptsächlich auf deutschen servern weil es von der kommunikation her wesentlich einfacher ist wenn ihr fit im englischen seid auch eben im taktischen englisch dann könnt ihr natürlich auf englischen servern spielen habt eine viel größere auswahl bei den deutschen servern ist so dass die morgens relativ leer sind und abends relativ voll so wir laden jetzt auf den server kommen hier in die spieler auswahl in der mitte habt ihr das die info über den game mode was sie machen müsst könnt ihr euch hier genau durchlesen dann habt ihr eine fraktion der seite vorgesehen deswegen ist die grünen da könnte direkt einsteigen das sind 15 spieler und bei den irreal military forces sind 16 spieler das heißt wir gehen in die fraktion wo weniger los ist und drücken hier auf continue dann kommen wir in den squad einstiegs deploy bildschirm hier habt ihr auch noch mal teams also könnt ihr wieder zurück auf den teams bildschirm wenn ihr euch noch mal alles angucken soll da kommt ihr auch gleich noch mal drauf dann könnt ihr das der roll und loadout loadouts angucken aber alles allererstes wichtig hier sind die verschiedenen squads da werdet ihr einem beitreten das gehen wir aber gleich gleich darauf ein weil dann werden die wahrscheinlich auch kommunizieren und reden und das wird jetzt für das für die erste erklärung noch stören geht hier noch mal auf teams game modus und ganz wichtig ist mir am anfang aufgefallen schaut euch die tarnungen an was haben die verfeinheiten hier die haben teilweise eine mütze die haben sturm masken klaren panzerhelmen die haben knieschützer die farbe merkt euch den tarn farbe und dann guckt euch eure fraktion an hier mit den tüchern mit den mit den mit den mützen die haben jetzt keine sturm masken die haben keine helme die haben keine knieschützer die waffen kann man sich bedingt vielleicht auch daran orientieren aber ist wahrscheinlich unwahrscheinlich guckt euch einfach eure einheiten an und wie die gegnerischen einheiten aussehen das wird euch ein stück weit helfen den freund von feind zu unterscheiden unterscheiden abgesehen von den name tags war wie gesagt ich möchte ein paar mal aufgefallen auf die name text kannst du dich manchmal 100 prozent nicht verlassen und dann zögerst du und dann zögerst du im falschen moment bist tot und ja also jetzt gehen wir auf diese einheiten hier haben jetzt die verschiedenen quats das sind jetzt zwei die hand ist einfach gesperrt das heißt die können selber einladen wer rein soll oder auch die wollen alleine spielen müssen aber in dem squat sein sonst werden sie vom server gebannt beziehungsweise gekickt und hier sind server acht von neun da könnten wir jetzt rein vier von neun können wir auch rein hier ist quad namen kommen wir gleich drauf hier ist die karte und wie ich erkläre ich weiß gar nicht wo ich anfangen sollen wo ich aufhören soll es ist sehr komplex für euch meine empfehlung geht jointen squat wir schauen jetzt mal hier logisch kann dann sein dass ich mit denen eben kommunizieren muss oder ich will mit denen auch kommunizieren und das solltet ihr auch wollen wenn ihr das spiel spielt also wenn ihr ihr könnt natürlich erst mal reingehen und zeit vielleicht ein bisschen verlegen aber sagt hallo sagt vielleicht auch was wichtig ist dass ihr neu seid damit die leute davon ausgehen dass ihr dass sie euch auch sachen erklären müssen sonst gehen die davon aus du weißt genau was du machst er sagt ihr das und das macht den movement marker dahin und dann bauen die vop auf bei schaufel da macht es wenn du das nicht weißt sag es und frag nach dann ist dir niemand böse die leute sind sehr hilfsbereit und helfen dir auch gerne aber was wir jetzt in den letzten tagen eben Vermehrt gesehen haben die leute sind drin squat lied es interessiert niemand es wird nicht geredet Niemand sagt was jeder macht sein eigenes bier das funktioniert einfach in dem game nicht also ich hatte es auch schon in server wo der admin dann reingekommen ist hat so gemerkt okay das quad lied sagt halt nichts dann wurde das komplette squad einfach aufgelöst also es ist der inbegriff der spiel namens quad es ist ein teamspiel wenn ihr nicht im team spielen wollt kein mikrofon benutzt Wollt nicht mit den leuten agieren wollen nicht befehle befolgen wollt oder befehle erteilen wollt dann ist das spiel wahrscheinlich nichts für euch des weiteren ja jointen squad schauen jetzt mal hier ja logisch hier sind jetzt drei maids sind tote eine kann wiederbelebt werden die anderen zwei sind tot zwei sind am leben seht ihr die verschiedenen rollen was die einzelnen spieler haben ich habe jetzt automatischen weiter ausgewählt der hat rollout out fighter hat hier so eine ak eine pistole ganz wichtig munition für die teammates die aber auch selber wieder auffüllen müsst und ja ich würde euch allerdings empfehlen gerade am anfang ich sehe jetzt guckt wenn ihr hier drauf geht seht ihr wie viele aus einem squad welche rolle haben geht als medik rein am anfang oder wenn mediks voll sind geht als fighter rein wenn jetzt hier drauf klickt könnt ihr die verschiedenen waffen wählen weitere empfehlung wenn es frei ist nehmt eine mit red dot oder scope erleichtert euch auch viel in den maps wählt dann quasi die waffe aus dann seid ihr schütze mit der waffe und könnt eure leute unterstützen das ist am anfang sehr wichtig das heißt ihr geht mit am squad mit könnt munition wieder auffüllen granaten bandagen und so weiter und so fort im zweifelfall wenn ihr euch nicht sicher seid was auf der karte sind viele tanks oder ist viel fein betrunken was braucht man fragt einfach nach drückt b das ist die standard taste dafür dass ihr mit eurem squad reden könnt und fragt was für eine rolle soll ich übernehmen weil ich habe hier viele möglichkeiten was ich nehmen kann und fragt welche rolle soll ich übernehmen was braucht ihr und ganz wichtig wo soll ich spawnen hier auf der karte zum beispiel gibt es einfach die main base von uns da könnt ihr drauf klicken und spawnen oder hier so eine so eine was ist das eine vorwort operating base da könnt ihr auch spawnen und dann gibt es noch von eurem squad lead der kann so einen rally point aufstellen irgendwo jetzt zum beispiel hier sagt es ist taktisch versteckt in irgendwo dann könnt ihr dort auch spawnen allerdings nur euer eigenes squad als medik sehr anfänger freundlich genauso ist auch fighter also wenn ihr sagt okay medik ist voll dann geht auf fighter über wenn das auch voll sein sollte könnt ihr auch generell natürlich fragen brauchen wir ein anti tank brauchen wir grenadier brauchen ein fettes mg im zweifelfall fragt euren squad lead oder im team was ihr was ihr als was ihr reinkommen sollt und wo sollt ihr spawnen wo ist die befehle hier sind zum beispiel befehl hier angreifen beziehungsweise wahrscheinlich verteidigen aber ist halt noch ein alter befehl dann guckt seht ihr hier euer squad leute wo die unterwegs sind und dann könnt ihr mit denen zusammen agieren ist auch mal wichtig zusammen mit dem squad zu arbeiten der squad lead kriegt quasi befehle vom commander und kann mit den ganzen anderen squads kommunizieren und dann gibt es einfach eine absprache und umso besser das ganze funktioniert umso sicherer ist dass ihr die runde gewinnt so das waren jetzt mal wirklich die die basics bevor ihr überhaupt mein fuß auf dem schlachtfeld gestartet haben ich will jetzt gar nicht weiter gehen weil ich merke schon dass das geht ihr ins von 1 in andere das video ist jetzt wahrscheinlich schon relativ lang gebt auf jeden fall natürlich gerne daumen hoch wenn ihr mehr davon sehen wollt schreibt fragen in die kommentare ich kann auch gern zu jeder rolle ein kleines tutorial machen oder zu den rollen insgesamt zu den zu den zu den zu den game modus kann ich Video machen wie gesagt wenn ihre fragen habt schreibt in die kommentare lasst natürlich gerne ein abo da wenn ihr keine video so passen solltet Schaut natürlich auf dem live stream vorbei twitch.tv Schrägstrich angemau live das stream ja auch regelmäßig squat da könnt ihr live zuschauen und fragen stellen Und dann sage ich mal vielen dank ich hoffe euch hat es gefallen es hat euch geholfen und zwar ist nicht mega zu lang aber ihr merkt schon Das ist ein mega komplexes game aber es ist ein geiles game es lohnt sich wenn ihr wenn ich damit einlasst Habt ihr ein echt geiles spiel was richtig bock macht und dann sage ich vielen dank fürs einschalten und bis zum nächsten mal Ciao Ciao